Nandai Asana ist eine andere Bezeichnung für Majurasana, den Pfau. Fabian zeigt, wie es geht. Vom Fersensitz ausgehend, gibt die Knie auseinander, die Ellbogen zusammen, Handflächen zusammen, Ellbogen in die Nabelgegend, hebt den Kopf hoch, gehe mit den Beinen nach vorne. Voller Pfau wäre mit gestreckten Beinen und dabei das Gewicht auf den Ellbogen.